Diese Körperhaltung verrät uns vor allem eins, dieser Mensch muss die Oberfläche verkleinern. Wir wissen allerdings nicht warum. Deutlich ist auf jeden Fall, dass die unempfindlichen Hautstellen geschützt werden. Die Außenseite der Arme hat weniger Hautrezeptoren und eine dickere Haut. Die Innenseite ist weit sensibler. Das gleiche gilt für den Rumpf und für den Hals. Allerdings warum dieser Mensch das macht, wissen wir nicht. Will er sich vor Kälte schützen? Ist er vielleicht in der Umgebung etwas unsicher? Oder ist es einfach nur Dirk Nowitzki, der Angst hat, sich in der Plattenbausiedlung den Kopf anzuschlagen?